Die neue X-Knocks bei Vermill Archery. Diese Nocken sind ein absoluter Game Changer in der Speed Archery, Horseback Archery und Running Archery Szene. Die X-Knocks eignen sich hervorragend für die One by One Technik. Wenn ihr diese einzeln schießt, dann greift ihr die Pfeile so. String-Through zieht zurück. Und sogar der Zeigfinger, der hat richtig schönen Platz für die Slavic Technik. Nochmal String-Through. Zwischen den Daumen und der Sehne geht der Nocken durch. Dann zieht man zurück. Greift Slavic. Also wirklich fantastisch. Ich ziehe jetzt mal einen Köcher an. One by One Technik. Man greift sie hier. String-Through. Slavic. One by One Technik. String-Through. Slavic. One by One. String-Through. Also, ich sage euch, mit diesen Nocken schießt ihr sicherer und schneller. Es gibt keine Fehl-Nocken mehr. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Bei Spurry Archery bin ich nicht so geübt mit der String-Through Technik, aber ich würde sagen, es geht so. Es gibt Leute, die sind definitiv schneller als ich. Wie ihr sehen könnt, sind die X-Knocks ein bisschen länger als die V-Knocks. Und sie sind auch ein bisschen schwerer. Die sind 0,9 Gramm. Die sind 1,6 Gramm. Funktioniert genauso gut mit French Grip. Mit diesen Nocken braucht ihr nie wieder Streichholzer an eure Pfeile zu kleben. Und dann haben wir den Rammel X-Knocks in Ivory. Und in Black. Wir haben es. Spurry-Archery.ch Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.